Hallo und herzlich willkommen zu Folge 192 von die Chronik von Metana Archolos. Wir sind zurzeit mitten in der Stadt, klappern gerade ein bisschen die Händler ab, weil wir auch tatsächlich mal gutes Geld haben und nicht arm sind. Da können wir, was können wir kaufen? Wir kaufen mal den ganzen Apfelkuchen. Wir haben in der letzten Folge erst wieder ein bisschen Geld gut gemacht, ein bisschen Umsatz. Wir haben noch ein paar Sachen bei Nerka verkauft. Hier haben wir das Brauhaus. Ist hier irgendwas Neues? Wie geht's? Dank der Kontakte, die du geklüpft hast, super. Starkbier, Inselfreundung des Paladiner Flaschenbier. Leider nix davon von alledem. Ich sag mal großartig wertvoll. Ne. Hier wohl nichts Neues. Ansonsten, wie gesagt, wir gehen ein bisschen die Händler ab. Kaufen mal alles Wertvolle für uns. Also für uns Wertvolle. Der hat Waffen ganz viel im Angebot. Ich glaube, viele davon sind sogar von uns. Man könnte sogar bei dem die Goldbrocken kaufen und die dann irgendwie mitnehmen in die... Warum sind Silberbrocken mehr wert als Goldbrocken? Egal. Die Goldbrocken könnte man mitnehmen in die Goldmine von Araxos und dann umwandeln. In eventuell Wertvolleres. Weißt du was? Alte Krummschwerder. Wenn du die schon so sammelst, bitteschön, kriegst du zwei Stück davon. Und Schiss. Elit, auch ein Händler. Kennen wir ja. Und der hat ganz viele Gürtel. Jürgergürtel, erfahrene Abenteurer. Gürtel des Heilers. Gürtel der Kraft. Des Akrobaten. Aha. Klettergurt. Scherpe des Novizen. Ja, nett, aber braucht man nichts davon. Der Herold bappelt wieder irgendwas. Noch ein Händler. Und der hat gut Himbeeren, die direkt gekauft werden. Man könnte dann auch irgendwann, wenn wir irgendwann so viel Geld haben sollten, dass wir alles Wichtige gekauft haben. Und dann immer noch viel zu viel von allem haben. Dann können wir hier auch einfach alle Gerichte leer kaufen. Weil dann können wir es einfach mitnehmen. Kürbis kaufe ich tatsächlich. Brauchen wir für unser Scavenger Kürbis Schaschlik. Ich meine, wir haben ja immer noch über 6000. Alles gut. Ich meine, davon wird auch gut noch was wegkommen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und der Armagh, bei dem könnten wir es auch kaufen. Kostet halt 32 pro Stück. Wir suchen erstmal dazu. Bekanntmachung, Steckbriefe, alles erledigt. Da ist Cohen, der uns wie gesagt irgendwie nichts zu sagen hat, was ich ein bisschen seltsam finde. Warte mal, ich habe ein Anliegen. Ja. Mein Mann meint, ich hätte die Suppe schlecht gekocht. Kannst du mir sagen, ob sie wirklich so schlecht schmeckt? Klar, ich probiere deine Suppe. Perfekt. Hier, iss und sag mir, was du denkst. Ungenießbare Kohlsuppe. Mal gucken. Also erneut wieder so ein Zufallsevent. Es sieht aus, als wäre sie von jemandem gekocht worden, der zum ersten Mal in seinem Leben am Herd stand. Aha. Wir müssen kotzen. Ach du Scheiße. Mein Mann hatte wohl recht. Diese Suppe ist ungenießbar. Äh, wirklich? Offenbar bin ich wohl keine gute Köchin. In dem Fall nützt mir das Rezept nicht viel. Du kannst es mitnehmen. Vielleicht bekommst du die Suppe besser hin. Äh, danke. Die würzige Kohlsuppe. Ich glaube, die können wir sogar auch schon, oder nicht? Auf jeden Fall hier wieder sehr, sehr schöne kleine, ne, können wir noch nicht. Schöne kleine, äh, ja. Ereignisse. Möhre, Petersilie, zweimal Kohle, Pfeffer, Salz. Eine nahrhafte Suppe mit Kräuteraroma. Es schwimmen einige Kohlstücke darin. Ja, so weit, so gut. Hier oben haben wir noch einen Wehrgang. Da war sogar eine Wache. Und da ist mir gerade aufgefallen, dass wir da oben noch gar nicht drauf waren. Vielleicht gibt's hier auch noch was zu holen. Stadtwache. Und eine Dekotür. Also hier ist wohl nur eine Stadtwache, die immer hier hin und her läuft. Und so ein bisschen Ambiente darstellt. Von hier aus können wir sogar ein bisschen auf die Stadtmauer. Wie gesagt, nicht viel. So, damit hätten wir auch weitestgehend das Marktviertel jetzt mal kurz abgeklappert. Wie gesagt, wir könnten eine riesige Menge Gold machen bei Frieda, in dem wir alle Felle und Co. verkaufen. Aber wer macht denn sowas? So, jetzt eins nach dem anderen. Jetzt geht's erstmal an die goldenen Innozer. Ich überlege gerade, ob ich noch was anderes machen wollte hier. Gab's hier noch irgendwelche Anliegen? Bei Araxos. Ne, wir haben alle Quests eigentlich gerade am Laufen, die es gäbe. Bei Wenzel irgendwas Neues. Oder bei Méti. Da können wir ja mal kurz vorbeischauen. Aber ansonsten können wir eigentlich erstmal beglauen. Was kannst du uns denn beibringen? Ach stimmt, Einhand und Zweihand. Da haben wir ja gut Geld dagelassen. Und der verkauft... Oh! Oha! Jetzt wird's mächtig interessant. Denn... Ich hab das schon mal erwähnt. Ähm... Diese Bücher können wir scheinbar dann auch irgendwann ein zweites Mal lesen. Ich muss gestehen, dass ich jetzt hier gewillt bin, gerade groß zuzugreifen. Ich weiß, wir haben jetzt tatsächlich... Huch... 5000 Gold dagelassen. Aber ich glaube, es lohnt sich mehr, als sich davon jetzt drei Tränke zu holen. Bin ich ehrlich. So, ich guck mal, ob diese Bücher verschwinden oder ob die da bleiben. Falls sie da bleiben sollten, wie gesagt, behalten wir sie auf jeden Fall. Da ich mir sicher bin, dass wir sie eventuell ein zweites Mal... Also was heißt sicher? Es könnte sein, dass wir sie ein zweites Mal benutzen können. Interessant. Der erste von drei Bänden zum Erlernen der Widerstandskraft der Nordmarer. Die Kunst des Krieges, die Axtkämpfer Nordmars Band 1. So, und jetzt können wir es natürlich kein zweites Mal lesen. Genau, denn dieses Buch kenne ich schon. Aber das Buch bleibt uns erhalten. Sehr, sehr gut. Die Kunst des Krieges, die Seeleute von Korinis. Aha. Die Kunst des Krieges, die Sperrkämpfer des Südens. Die Schwertkämpfer mit Thanas. Die Bogenschützen von Kehlen. Die Armbossschützen von Archelos. Und die Geheimnisse der Feuermagier Band 1. Da es drei Bände von allem gibt, haben wir hier auf jeden Fall gerade eben schon mal gut nachgeballert. Ich glaube, wir haben sieben Stärkepunkte gerade gut gemacht. Sogar noch 2% Zweihand und nochmal 2% Einhandkampf. Bisschen Geschicklichkeit, bisschen Mana, bisschen Leben. Sehr, 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 sehr cool. Zum Glück habe ich noch mal bei Wenzel kurz vorbeigeschaut. Das wäre mir wahrscheinlich entgangen. So. Wohlgestärkt geht es weiter zu den... Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist. Wird ja sein können, dass hier irgendjemand noch was von uns will. Aber nein. Dem ist wohl nicht so. Wie gesagt, die Bücher behalten wir. Sollte, wie gesagt, es sich bewahrheiten, dass man die ein zweites Mal lesen kann. Nach Kapitel 4. Behalten wir auf jeden Fall. Gutfalls können wir sie dann immer noch verkaufen. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter zur ersten Quest. Ich habe jetzt zwar nicht mehr das Gold, um bei Bodowin die Tränke zu kaufen, aber ich glaube, das lohnt sich jetzt tatsächlich sogar noch viel mehr. Also, Mylor, der war ja der Erste, der hier ist von diesen Abzockern hier. Scheinbar hat er sogar einen Kollegen mittlerweile. Und der verkauft nur diese... diese... falschen... Fünfziger hier. Paladin Kandak mag deinen Handeln mit den goldenen Innos nicht. Oh ihr Götter, es geht schon wieder los. Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ich legal handle? Ich weiß, dass er ein Paladin ist und seine Erfahrungen hat, aber wenn er mich weiter belästigt, werde ich das der Obrigkeit melden. Hast du alle notwendigen Genehmigungen? Wenn dich das so sehr interessiert, kannst du auch direkt zu Meiti gehen und nach all meinen Papieren fragen. Mach nur weiter und verschwende deine Zeit. Woher bekommst du deine goldenen Innos? Alle meine goldenen Innos werden mit den hochwertigsten Materialien von erfahrenen und gut bezahlten Arbeitern hergestellt. Sie werden dann sehr sorgfältig verpackt, damit sie in perfektem Zustand an meinen Stand ankommen und auf dem Seeweg direkt nach Archelos verschifft. Im Hafen werden sie von Trägern abgeholt, zu mir gebracht und schließlich kann jeder für ein paar Goldmünzen sein eigenes Abbild von Innos genießen. Ja und die Magier stört das nicht? Natürlich nicht. Im Gegenteil, sie sind sehr froh, dass ich dazu beitrage, den Glauben an unseren Gott zu verbreiten. Und nur deswegen sehen sie nichts Falsches daran? Junge, die Details meines Umgangs mit Magiern gehen sich ja wohl gar nichts an. Und was es mit dem anderen stand? Dieser Kandak machte so viel Wirbel um die goldenen Innos, dass sich nun nicht nur die Kunden, sondern auch die Konkurrenten dafür interessieren. Zuerst war ich froh, dass ich an einem Tag mehr Innos verkauft hatte als in der ganzen letzten Woche. Aber dann tauchte Groen mit seinem Stand auf. Wie selbstverständlich fing er an, genau die gleichen Dinge zu verkaufen, wie ich, und behauptete, meine Waren seien gefälscht. Zu allem Überfluss hatte er, als er herausfand, woher ich meine Statuetten beziehe, angefangen zu verbreiten, dass ich kein Patriot sei, weil ich den Bürgern von Areschelos nicht erlauben würde, Gott zu verdienen. Hat er auch die Erlaubnis der Magier und der Obrigkeit? Und ob. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber er hatte alle Genehmigungen innerhalb von ein paar Tagen zusammen. Ich habe versucht, mit den Magiern darüber zu sprechen, dass ich grundlos verleumdet wurde. Sie versprachen, sich der Sache anzunehmen. Ja, bla bla bla, dein Geschwitz kannst du für dich behalten. Die goldenen Inusse. Mylor wird mir wahrscheinlich nichts Neues erzählen, aber vielleicht Groen, ich sollte mit ihm sprechen. Das bleibt interessant. Der gute Kander kriegt wahrscheinlich ein Herzkasper. Hallo, bist du daran interessiert, eine schöne Statuette von Inus zu kaufen? Sie wird nicht nur dein Haus schmücken, sondern auch alle Arten von Belias Berut fernhalten. Du wirst nirgendwo schönere Inus erfinden als hier. Äh, danke, kein Interesse. Wie du willst, aber denk dran, Inus liegt nur großzügige Diener. Nee, stimmt gar nicht. Erstmal beklauen. Was gibt's Neues? Es gibt immer mehr bescheidene Diener von Inus in der Stadt, trotz der gegen den König gerichteten Stimmung, das ist sehr gut für mein Geschäft. Einen schönen Stand hast du hier. Ich kann mich zwar nicht beklagen, aber es ist wenigstens ein Anfang. Ich plane dieses Geschäft sogar auszubauen. Noch ein paar Jahre und meine goldenen Inuser werden in ganz Methaner verkauft. Worin ist der Unterschied zwischen Deinen und den Waren, die Mylor verkauft? Freund, sie unterscheiden sich in jeder Hinsicht. Meine goldenen Inuser werden nur aus speziell ausgewählten Materialien hergestellt, die von den besten Handwerkern ausgewählt und verarbeitet werden. Mylor hat mir eine ähnliche Geschichte erzählt und hatte erwähnt, dass alle Arbeiter, die meine Inuser herstellen, aus Archelos kommen und dass du mit dem Kauf meiner Produkte den lokalen Handel unterstützt. Mylor hingegen führt seine minderwertigen Fälschungen aus Chorines oder irgendeinem anderen Hafenort ein. Heimische Handwerker also? Hast du einen bestimmten im Sinn? Mein Geschäft ist der Handel. Ich kenne nicht die Namen aller Leute, die meine Waren herstellen. Dima kümmert sich dank ihrer guten Kontakte zu Handwerkern um die Lieferung. Du kannst mit ihr reden und nach Details fragen. Ich habe nichts zu verbergen im Gegensatz zu diesem unpatriotischen Mylor. Hast du denn auch alle notwendigen Genehmigungen? Sie stammen gerade aus der Feder von Maiti selbst. Schauen wir mal. Es hat zwar ein bisschen was gekostet, aber das war es wert. Dank ihnen kann ich ganz legal einen Verkaufsstand in der Stadt Archelos betreiben, ohne Angst haben zu müssen, dass mich jemand mit beleidigten, religiösen Gefühlen rausschmeißt. Denk daran, Inos liebt nur großzügige Diener. Ja, was für ein dummes Geschwätz. Er besitzt alle erforderlichen Dokumente. Es scheint, dass als Optima ein Mitglied der Händlergilde mit ihm in Kontakt stünde, dass sie mir etwas Nützliches über die Goldenen Inos erzählen kann. Ja, hoffentlich auch was, was den guten Kandak zufrieden stellt, bevor er hier noch komplett Amok läuft. Ja, genau davon rede ich. Der spinnt komplett. Es geht ihm wohl sehr nah. Die ganze Sache. Sonst würde er hier nicht die ganze Zeit rumhüpfen auf den ganzen Rüstungen. Wir kümmern uns drum. Mach dir keine Sorgen, Kandak. Wir kümmern uns drum. So, zum Glück kennen wir ja Dima schon ganz gut, haben ja auch schon das eine oder andere Mal geholfen. Bei Matey will ich tatsächlich auch mal vorbeigucken. Entweder hat er vielleicht eine Quest, oder vielleicht kann er uns irgendwas dazu erzählen. Bezüglich der Angelegenheit hier. Mit den Goldenen Inosen. Wegen welcher Papiere? Hallo Matey, ich bin wegen der Papiere hier. Ist das nicht unser neuer Bürger? Haben sie dich noch nicht wegen schlechter Manieren in den Stadtgraben geworfen? Was brauchst du dieses Mal? Ich will sehen, ob Mylor alle notwendigen Genehmigungen für den Handel mit Goldenen Inosen hat. Goldene Inosen? Warum sprechen plötzlich alle darüber? Ich versuch auch das rauszufinden. Du weißt ja, wie es mit Beamten ist. Ähm, die Dokumente einzusehen ist nur gegen eine Gebühr möglich. Wie viel ist es diesmal? 25 Goldstücke. Na, hier ist die Bezahlung. Einen Moment. Die Genehmigung ist schon ein paar Jahre alt, aber noch nicht abgelaufen. Ich sehe also keinen Grund, warum er seine Arbeit nicht fortsetzen kann. Wenn du mit ihm sprichst, sag ihm, dass er in nächster Zeit mal vorbeikommen soll. Ich würde sicher nicht versäumen wollen, er wird sicher nicht versäumen wollen, seine Genehmigung zu verlängern. Vielleicht ja schon. Sie sind zwar ziemlich alt, aber immer noch gültig. Was bedeutet, dass sie seinem Handel kein Ende setzen werden? Also haben wir jetzt umsonst 25 Gold ausgepult oder was? Na gut, ich meine 25 Gold. Man kann sich darüber alles beschweren. Das akzeptieren wir jetzt einfach mal. Und Dima ist die nächste Anlaufstelle. So, meine Liebe, weiter geht's. Ich habe gehört, dass du goldene Innoße für Kronen besorgst. Ja, wer hat dir das gesagt? Äh, Kronen? Alles klar, der Mann kann einfach nichts für sich behalten. Ich versuche schon seit einiger Zeit mein Geschäft zu erweitern. Der Handel mit diesen goldenen Innoßen schien mir sehr lukrativ. Keiner weiß warum, aber plötzlich interessieren sich alle für sie. Ich musste nur jemanden finden, der sie mir zu einem günstigen Preis besorgen konnte. Und willst du mir dieses Wissen mit mir teilen? Dieses Wissen kostet Gold. Ich kann mich nicht mit Kronen verhalten und riskieren, dass mich jemand aus dem Geschäft drängt. Darf ich wenigstens wissen, warum du diese Informationen brauchst? Sag mir einfach, wie viel du für diese Informationen willst. Ich sehe, dass das für dich sehr wichtig ist. Okay, dann werde ich nicht fragen. 100 Goldstücke und ich gebe dir den Namen und einen Ort. Mehr nicht. Ja, hier. Ich bekomme eine Waren von Mures geliefert. Ich weiß allerdings nicht, wo du ihn finden kannst. Er war immer derjenige, der mich gefunden oder über einen Boten kommuniziert hat. Er ist derjenige, der mir die goldenen Innoßen liefert. Wer weiß ich nicht? Aha. Jedoch wusste sie nicht, wo ich ihn finden kann. Vielleicht wollte sie es mir aber auch einfach nicht sagen. Vielleicht können mir die Arbeiter, welche im Hafen die Schiffe entladen, weiterhelfen. Okay, wir werden direkt weiter gelotst in den Hafen. Wir versuchen jetzt auch mal ganz stringent diese Quest hier weiter fortzuführen. Was ist denn da für eine Person? Das sieht schon wieder nach einem Zufallsevent aus. Bist du ein Zufallsevent? Nö, die steht hier einfach nur mit auf der Straße. In weißen Gewändern. Hätte ja sein können. Und nun gut, damit in die Stadt. Äh, in die Stadt, in den Hafen. Und die Hafenarbeiter vollquatschen. Was ist das da oben für ein Typ? Der sieht nicht aus wie die anderen Abbrachlosen. Aha. Äpfel, frische Äpfel zum halben Preis? Zum halben Preis? Ja, nun ich habe ein paar Kisten Äpfel in die Stadt gebracht. Sie sollten, äh, alle auf eines der Schiffe verladen werden. Unglücklicherweise hatte ich ein Mistverständnis mit der Besatzung und einige der Kisten blieben im Hafen zurück. Es lohnt sich nicht, es nach Hause zu schleppen, also bleibe ich noch eine Weile in der Stadt. Was sagst du dazu, Junge? Vier Goldstücke für einen saftigen Apfel. Ja sicher, hier. Oha. Ich habe leider keine mehr, kommt später wieder. Achso, ich habe jetzt, ich dachte schon, jetzt können wir hier wahllos Äpfel kaufen. Warum haben wir nur noch 900 Gold? Hatten wir eben nicht viel mehr noch? Moment, jetzt müssen wir ganz kurz testen. Da war ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Wir haben doch jetzt nicht so viel Gold rausgeballert, oder? Wir hatten... Aber wir hatten 1.100 irgendwas, dann haben wir 25 rausgepulvert, dann nochmal 100 rausgepulvert. Dann noch ein paar Kürbisse gekauft. Ne, wir hatten wirklich nicht mehr. Das passt soweit. Auf jeden Fall Bock mal wieder neue Waffen herzustellen, und die dann wieder en masse zu verkaufen. Und ich glaube ein paar können wir sogar noch machen, uns fehlt nur wieder die Kohle. Auch wenn die jetzt nicht allzu wertvoll sein sollten. Ein bisschen was ist auf jeden Fall noch zu machen. Ich hoffe wir können wieder auf den Apfelhändler... Oh, was denn du wieder? Junge, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber du erinnerst mich an meinen Mann, als er noch jung war. Und das nächste Event? Da wird hier wirklich ein bisschen überladen damit. Suchst du deinen Mann? Nein, mein Lieber, mein Mann ist schon vor langer Zeit verstorben. Aber als ich dich gesehen hatte, ist mir ein Gedanke durch den Kopf gegangen. Ach ja, und der wäre? Dieses Amulett hat meinem Mann gehört. Ich habe keine Verwendung dafür. Vielleicht könntest du es an dich nehmen. Danke, das kann ich gut gebrauchen. Gut, pass darauf auf. Mein Mann würde wahrscheinlich sehr wütend werden, wenn ihm etwas zustoßen würde. Danke, ich werde vorsichtig sein. Amulett des alten Abenteurers. Wahrscheinlich wäre es auch gar nicht schlecht abzulehnen. Huiiii, das nehme ich. Schnittschaden 10, was soll der Geiz? Fünf Stärke, fünf Schnittschaden, fünf Hiebschaden. Das ist viel ausgeglichener. Und wir haben sogar noch mehr Stärke bekommen. Da sage ich nicht nein. Also keine Ahnung, was die Alternative wäre. Aber in dem Fall muss ich wirklich sagen, ist es mir auch vollkommen egal. Also das abzulehnen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch wertvoller werden kann. Können wir den Obdachlosen ja einfach niederschlagen oder ist das vielleicht dann zu viel des Guten? Eigentlich schon, ich schlage ja eigentlich nur Landstreicher zunichte und keine Obdachlosen. Ja, ich sollte bei meinem Credo bleiben und diese Leute in Ruhe lassen. Hat der Arbeiter vielleicht Informationen über Muris? Ich meine, ich hätte so einen Muris sogar schon mal gesehen. Kann aber sein, dass es mir nur ein Bild. Also die Obdachlosen wissen nichts, aber da hinten sind auch wieder Arbeiter. Also hier gucken wir uns einfach mal ein bisschen um in der nächsten Folge. Und werden dann weiter nach den goldenen Innossen suchen und deren Herkunft. Und wie koscher die ganze Sache überhaupt ist. Ich habe da nämlich eigentlich so ein ganz mieses Gefühl dabei. Ansonsten werden wir danach fässerweise Ärger angehen. Und dann die fliegenden Fäuste bei Nacht. Und mal gucken, dass wir hier alles halt wieder gut abarbeiten können. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.